Was ist die Forderung, wenn man in Europa unsere Anteile und unsere Hausaufgaben machen wollen, ist, dass wir uns über die Transformation der Stahlproduktion Gedanken machen müssen und die begleitenden Prozesse, die ich dazu brauche. Und eine Wasserstoffstrategie, wie sie gerade in Österreich ich vor zwei Monaten kommentieren durfte, wo ich sage, das ist halt, ja, ist nett, ist nett, ist völlig unkonkret, ist nicht abgestimmt europäisch, nichts drinnen, Luftblasen, Luftblasen. Das Einzige, was klar drinnen steht, naja, so die Kurzstreckenmobilität sollte doch nicht wasserstoffbasiert sein. Okay, gut, das ist schon mal klargelegt.